Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Thomas von World Gameplay und zurück beim Werkfeuerwehrsimulator 2014. Ein neuer Part beginnt und wir sind immer noch Feuerwehrmann. Wenn es euch gefällt, macht einen Daumen hoch und ein Abo würde ich mich auch freuen. Schön trinken hier. So. Dann schauen wir mal. Guten Morgen zusammen. Und da ich selber viel zu tun habe, dir teile ich heute den TNF Florian vom äußeren Erscheinungsbild. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Okay. Mit dir vorschlagen, schlafen wir erstmal. Wir haben 600 Punkte. Mahlzeit. Mahlzeit. Ihr isst ja gerade ein Brötchen. Danke. Woher weißt er das? Gruselig. Tja. Naja, ich habe ja Florian 5. Das heißt, wir können schon mal in der Zwischenzeit, hallo, zum Ding gehen. Die Küche. Und was essen. Und er isst wieder Pizza. Ist das da drüben nicht der Frenkel? Hatte ich das jetzt schon aufgegessen? Das ist der Frenkel. Der sucht sich wieder den Storndraum. Oh. Huh. Falsch die Tür. Hallo. Hallo. Na, auch ein Brötchen. Sorry Leute, aber ich habe heute noch nichts gegessen. Mach ich schon mal das Tor auf? Gehäten wir das? Ne. Schaut aber so aus, als würde es bald regnen. Mehr Wasserlaufen? Ne. Gehäten wir auch. Hmhm. Hmhm. Kann man schon mal das Licht anmachen, oder? Geil. Na, wo ist denn der erste Einsatz jetzt? Florian 5 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funken. Huh. So, der erste Einsatz, hallo? Kommt er heute noch? Einsatzbefehl für Florian 5. Von der Hörgartennerie kam eine Alarmierung rein. Hier wurde starke Rauchentwicklung gemeldet. Begibt dich Florian 5 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Alles klar, ich komme. Ich komme. Wo ist das? Hä? Wo denn? Hallo? Hä? Ich bin veralbern. Das ist doch gar nichts. Ach da. Huch. Mein Gott. Willst du einkommen? Pff. Okay, erstmal Gasmaske. Gasmaske. Zack. Äh, bin du da da? Schlauch. So. Und rein da. Die Frage ist, wo geht es da rein? Ich muss doch hier sein. Wo geht es denn rein? Hä? Hallo? Pff. Geht es nirgendwo rein? Hä? Ich muss dich verarschen. Ich verstehe gar nichts mehr. Ist das nirgendwo rein? Ja ist das nirgendwo rein? Eben. Ja, mache ich einfach mal. Erwurscht. Wird schon irgendwie Okay ich hab zwar nichts gesehen Aber egal Okay Auf jeden Fall muss ich jetzt den Sauerstoff Wieder auffüllen Weil ich hab keinen Sauerstoff mehr Huch Wird los Wird los Wird los Vielen Dank. So, fahren wir mal auf der Straße wieder. Zum sichersten. So, jawoll. So. Machen wir mal hinten auf. Zack. Dann gehen wir mal rein. Dann holen wir unsere Sauerstoffflasche. Müsste bestimmt da hinten sein, oder? Sauerstoff? Nee. Oder? Dann hinten in der Halle. Na, alles klar? Ja, alles klar. Wo kann man hier auffüllen? Hä? Warte mal. Muss man das hier vom anderen nehmen, oder wie? Hä? Der ist da rein, oder was? Jetzt da rüber. Und da rein, oder was? Oder wie? Oder wer? Ah, ja. Kurios. Okay. Ja, ich schätze mal, dass jetzt kein Alarm mehr kommt. Wahrscheinlich. War nur der Einzige. Das ist halt... Ach so, Sportraum. Genau. Sportraum. Das ist... Nicht hier. Das ist die Küche. Na, alles klar. Auch nicht. Unser Sportraum. Sportraum. Der ist da, oder? Ne. Tower. Auch nicht. Konferenz. Hier. Sei doch. So, dann machen wir mal ein bisschen Sport. Ein bisschen Sport tut gut. Gell? So. Hier auch mal. Am 8. Ist Feierabend. So. Okay, dann können wir runtergehen. Und zwar in die Halle. Aber jetzt können wir ja klar Feierabend machen. Fehlen uns immer noch ein paar Punkte. Oder es kommt noch ein Alarm rein, ne? Das kann auch sein. Aber das ist alles ruhig jetzt. Wie jetzt gerade eben. Huh? Da ist die Stechuhr. Guckt. 8 Uhr. Und jetzt ist es Viertel 7. Die Zeit vergeht hier voll schnell, als wie beim Flughafen Feuerwehr beim ersten Teil. Geht so langsam. Ach ja. Huh. Florian 5. Von einer der Metallverarbeitungen kam ein Alarmier umrennen. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Na toll. Jetzt war ich machen, Bruder. Florian 5. Ein Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Scheiße. Oh nein. Huh. Jetzt aber. Komm, 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 komm. Hier rausfahren. Ja, genau. Oh, die geile Musik wieder. Oh Gott, ich fahr jetzt schon wieder durch Stock und Stein hier. Aber ich komme hin. Ich komme hin. Schon mal die Hauptsache. Huhu. Ah, da hinten. Okay. Ah, da brennt es schon. Äh, wo? Da hinten, oder wie? Ah ja. Da. Okay. Hoch damit. Hoch die Tassen. Heu, 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 heu. Hm. Und schnell hin. Florian 5. Ein Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. Geht doch. So. Hallo. Hallo. Feindliche Seite. Hu. Kann ich nicht mal einsteigen? Hä? Ich kann nicht mal einsteigen. Hm. Was ist denn jetzt los? Warum kann ich nicht mal einsteigen? Hallo? Hm. Okay. Okay, dann warte mal so. Er schafft Zeit nummer neu. Ey, bist du der Feuer? Da fahren wir mal zu Wochen zurück. Ich muss mich auch melden. Dann trinke ich mal einsteigen. Oh Mann. Oh Mann. Dann trinke ich jetzt mal zur Beruhigung und Eistee. Dann warten wir mal kurz. Falls es dir nicht aufgefallen ist. Ja, ja. Ich benötige noch 1300 Punkte. Wir brauchen 2500. Dann speichern wir mal. Zack, zack, zack. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Werkfeuerwehrsimulator 2014. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und das war's. Tschüss, euer Thomas von World Gameplay. Tschüss.